Ich kämpfe mich jetzt hier im Moment zwischen den Ugern und Korn, während sich Sven in seiner Pestilenz unten herumtritt. Ich gehe jetzt mal zurück in die Festung, weil ich muss mich ein bisschen erholen. Ich will hier kein zu großes Risiko eingehen. Meine Heldeneinheit ist schon ziemlich angeschlagen. Ich muss sagen, Nurgels Gebäude sind hart verwirrend, wenn man es anders kennt. Reißaufbau und irgendwie netzame Zeichen hier. Deswegen muss ich da irgendwie auch klarkommen. Ich weiß auch manchmal ehrlich gesagt nicht genau, was ich jetzt baue, sondern was nicht, weil jedes Gebäude ist mit irgendeiner Einheit verbunden und teilweise generiert Einkommen und was weiß ich alles. Und dann entwickelt die sich ja immer nach ein paar Runden weiter und wird zurück am Ende. Und das ist hart verwirrend. Ich will keinen Nurgel vorschlagen, der auf keine Totenrohrerfahrung hat. Da unten hängt ja so ein Oger bei deiner Festung ab. Ja, der wird jetzt gleich auch deinen Nurgel abhängen. Ach, da ist ja auch deine Armee drin. Okay, ja gut. Ja, der wird jetzt sowas von vergleicht. Hier, warte mal gucken. Hier gebaut gerade noch ein Gebäude, womit ich Verstoßene dessen Nurgel kriegen kann. Hab ich noch nicht. Bin gespannt, wie die sind. Ja und ich müsste ja eigentlich dann, wenn dein Außenposten hier fertig ist, weil auch vier Runden hier leckt mich am Arsch, ey. Kannst du nichts bauen in der Zeit? Ja doch, ja doch, ich kann den in der Zeit bauen, aber der braucht halt vier Runden, weil er fertig ist. Und dann kann ich blauer Horror von dir bauen und verstoßenes Chent. Ich weiß nicht, was du jetzt schon von mir bauen kannst. Hm, ich weiß nicht, was ich muss hier. Ich kann gar nicht sagen. Müsst du eigentlich, wenn du deine Hauptstadt... Verbündete einhalten. Und dann da unten auf den Außenposten... Ich muss... Ja, ich bin noch in keiner Garnision. Achso, ich müsste das sehen können. Genau, wenn du auf das Vogel haust, dann hast du ja da unten rechts so deine Siedlung und die Außenposten-Details. Hm. Dann müsstest du darauf eigentlich auf dem Gebäude sehen können, was du rekrutieren kannst. Wo steht das denn da? Warte, ich habe jetzt, wenn ich auf... wenn ich dieses... Distriktes Nurgle aus dem Fluss und dann mögliche Rekrutierung von Verbündeten für gewisse Einheiten aus... Ach, ich stelle Garnison bei. Entschuldigung, ich stelle Garnison bei. Warte, man kann nicht... Warte, man kann nicht. Warte, ich brauche die Eingreife. Äh, Verbündete rekrutieren. Ach, da ist das! Du musst auf deine Einheit gehen und dann unten rechts nicht Einheiten beschwimmen, sondern Verbündete sind. Also ja, das hatte ich auch gerade, aber das kann ich nur, wenn ich eine Garnison bin. Achso, ja gut, das stimmt ich gerade in so einer... in so einer Festung. Da kann ich jetzt von dir blaue Horrors, rosa Horrors und Chaos führen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, dann hast du einen Fernkämpfer. Das stimmt. Aber das funktioniert jetzt nicht so wie bei mir. Weißt du eigentlich, dass... Deine neutrale Einheiten direkt neben der Versorgung und Kanalisation rumhängt? Der Ragnar, ne? Ja. Ja, mit dem habe ich nicht Angriffspakt. Ich habe gerade auch nachgeguckt. Mit dem habe ich nicht Angriffspakt und militärischer Zugang. Also er darf hier durchlaufen. Es sei ihm erlaubt. Ich weiß zwar nicht wo er hin will, weil hinter mir sind eigentlich nur Ogre. Aber er darf dann nicht. Ähm, ja ich greife mal hier diese tolle... Armee an. Der jetzt abhaut. Ja. Weiß ich. Ich habe sogar im Prolog einfach ganz viele Belagerungen einfach alle weggeklickt. Ja, theoretisch gesehen... Also würde ich alleine spielen, hätte ich die wahrscheinlich weggeklickt geklappt. Aber... Sehr langweilig. Er hat Löwen. Könnte das wirklich lösen. Wie heißen die denn? Wie heißen die denn? Kannst du ja nicht sehen. Säbelzahnrudel. Weiß nicht. Irgendwie funktioniert das Ladebild schon bei mir manchmal nicht richtig. Aber eigentlich kannst du ja da durch die ganzen Einheiten gehen. Aber bei mir ist es dann als wäre es ein Standbild. Aber der Balken unten bewegt sich noch. Ich habe das jetzt gerade... Jetzt kann ich auch nicht mehr. Ich konnte das vor nur ganz kurze Zeit lang... Manchmal klappt das. Aber dann eine Einheit oder so und dann ist es vorbei. Das Spiel hat noch ein paar Macken. Ja. Gut. Waren glaube ich bei allen. Wie gesagt, es hat mich gewundert. Ich habe den zweiten Teil nochmal angeschmissen. Mit fast voll auf dem Map und massig Zeug drauf ist. Mutterweich. Kaum keine... Die Ladezahn waren genug, die gar nicht vorhanden sind. Das ist gut. Weil ich finde optisch. Drei Teile... Also erstens kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, weil es so lange her ist. Aber den zweiten Teil finde ich optisch genauso schön wie den dritten Teil. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es auf hoch und nicht auf ultra. Ähm... Und es läuft soweit gut. Also es läuft ja jetzt sogar mit Aufnahme. Also es ist schon mal... Könnte schlechter sein. Ich gebe dir wieder Schnecki. Also Schnezzerling. Ja. Entschuldigung. Schnecki. Mir war auch gar nicht klar. Das hat jetzt fünf Jahre gedauert, bis der dritte Teil rausgekommen ist. Und zwischen dem ersten und zweiten war ja nur ein Jahr vergangen. Das wusste ich nicht. Echt? So schnell ging das? Ja, die haben den zweiten sehr schnell rausgebracht. Ja. Also der erste war geil. Das war eine Revolution für Total War. Und der zweite war nochmal ein bisschen geil. Einfach wegen... Ich glaube man vertut sich da ein bisschen. Ich glaube der erste war gut. gut. Also ziemlich gut. Und wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen Total Wars auch nochmal einfach besser wegen des Settings. Ja. Aber ich glaube, dass das... Dass der zweite Teil erst die Reihe großartig gemacht hat durch Immortal Empires. Genau. Weil ich glaube vorher war es... Die Kampagne im ersten Teil war halt schrecklich. Ja genau. Du hattest halt immer diese Chaos Invasion die ganze Zeit. Du konntest ja nicht ohne spielen. Wir haben immer diese Invasion irgendwann. Die war halt hart nervig, muss man leider zugeben. Aber die Kampagne war ja gefühlt in jedem Teil schlecht. Also die Mahlström Kampagne war auch kacke. Die fand ich schlimm. Und auch das... Oh ja, du kannst bei der Endschlappe nochmal eingreifen und so. Ist gar nicht gut. Und... Ich erinnere mich an den ersten Teil, das war ich gar nicht mehr. Ja, der erste war auch... Also... Im ersten Teil, die Vampire waren für mich mega geil. Aber der Rest, den du spielen konntest, der war halt standardfrei. Also Zwerge, ok. Menschen, haben die Vampire und die Forks. So. Und du konntest halt die Chaos Dämonen, Armee da als Vorbesteller noch spielen. Aber im Endeffekt waren die scheiße. Das war halt die Orle-Fraktion. Für mich halt immer... Die Teammenschen waren ok, aber die... Die waren ja halt rein wirklich... Die bist nur am Kämpfen. Äh... Warte mal, soll ich jetzt so weiter da aber? Ich bin soweit aufgestellt. Ja, ich auch. Kann ich mal durch das starten? Ich mein, das ist jetzt eh ein witzloses... Wenn jetzt... Vollkommen... Verstört. Ich hab mich heute noch mal so angefangen, die Tests mir anzuhören und zu gucken über das Steam Deck. So, ja. Hätte ich Geld, würde ich es mir holen, muss ich zugeben. Ich wüsste das gar nicht. Ich bin dem so... Ich finde... Also... Günstigste sind es ja 420 Euro oder so. Also unabhängig. Ja. Ich bin jetzt wirklich auch unabhängig vom Geld. Ich bin dem immer noch unsicher, ob das genauso nicht einfach nur reinfallen wird, wie die Steam Machine, das... Äh... Wie ist das andere? Ähm... Was man zum Stream benutzt hat? Steam Link. Steam Link. Das ich halt doch schon lange und viel benutzt hab, aber... Trotzdem war alles, was in Hardware von Valve kam, bis jetzt totaler Reinfall. Ja, das stimmt. Außer die HTC Valve. Ja, gut. So, ja. Läuft ja ganz gut hier. Ach, jetzt weiß ich, kann. Einfach nochmal hier den Zauber. Gut, ne? Uh! Und ich hab die Frösche einfach komplett hinter uns reingeschickt. Das hat sich eigentlich schon erlesen können. Langsam konnte ich mit den Nörgleinheit da. Kommandanten, diese Oberkommandanten, die halten so viel aus. Und hier diese Schnecke auch, halt. Das ist doch nicht so ein Konkass. War das ein Schmetterling? Ja, ein Schmetterling. Weil jetzt, Leute, hier alles noch auf Mandanten, da muss ich sterben. Ich weiß nicht, ich denke, so Steam Deck, das sieht interessant aus, aber ich wüsste nicht mal, was ich darauf großartig spielen wollen würde. Also, es gibt Sachen. Also, ich würde wahrscheinlich nicht irgendwie so schnelle Spiele daraus spielen. Aber so Kartenspiel-Inni-Spiele, Terraria zum Beispiel, hat sehr stark da aufgelegt und viele Videos gezeigt mit der Steuerung und so. Das sah schon sehr cool aus. Aber ob sich das dafür lohnt, ist was anderes. Wenn ich mal ganz ehrlich, dann kannst du Terraria auch einfach auf der Switch spielen. Ja, wobei, auf der Switch spielt sich das echt kack. Ja, okay, aber... Ja, wegen der Hardware. Ne, wegen der Steuerung. Ja, aber gut. Aber jetzt wird das so ein Unterschied zwischen dem Team und dem Steam Deck. Ja, tatsächlich, weil du da viel mehr Tasten hast. Also, du hast ja auf der Rückseite die Tasten, was ich ja schon bei dem USB-Controller sehr mochte, auch wenn der eigentlich total nutzlos geworden ist, weil ich ihn nie benutze. Ich habe ihn auch noch nie benutzt. Aber die Tasten hinten sind sehr nice. Und du hast halt bei Touchpads, die du auch nochmal mit Tasten belegen kannst. Die sind bei Terraria grundbedingt von vornherein. Was aber für mich ein logischer Aufbau tatsächlich war. Und ich bin meistens einer, der erst mal gefühlt eine Stunde in die Tasten belegen kann. Aber, wie gesagt, welttechnisch lohnt sich das halt nicht. Also, ich habe nicht mal eben 600 Ocken, um mir das große Teil dazu holen. Und da würde ich mir eher eine PlayStation 5 kaufen. Wenn man sie irgendwann bekommt. Ja, wahrscheinlich kriege ich die PlayStation 6 irgendwann. So. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir irgendwann eine PlayStation 5 kaufe. Und dann kommt die Pro raus. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht, tatsächlich. Komm ich doch weiter? Nee, ich glaube, das war... So, ich nehme schon mal provokativ hier vors Lager. Ach guck mal, ich kann hier... Also, außer Hasszwerge, was ich schon von Anfang an hatte, kann ich Hass-Change nehmen. Bonus gegen deine Einheit. Eher so wie ich hier. Oh, aber ich habe hier... Also, Engel der Krankheit klingt auch hart lustig. Aber ich habe hier noch, ähm... Nürkling? Ich schwörte eine Einheit bei solchen Nürklinger. Das ist geil. Das ist wie bei den Skaben, wo du immer wieder die kleinen Ratten aus dem... Auskommen lassen kannst. Gefällt mir. Okay, jetzt so, dann bin ich... Wissen hast du noch mit Außenkosten, das würde ich nicht erweitern. Ich glaube, viel zu viel Geld in deinen Außenkosten gesteckt. Ich habe Zwerge neben mir. Ach, das heißt Karak-Dum-Lager von den Urgern. Äh... Urgern-Kriegsschar wurde vernichtet. Haben die ich gerade nicht angepasst. Die unterzeichnet. Ja, bei mir, ja. Das heißt Urgern-Karak-Dum-Lager, weil die Indie-Provinz von Karak-Dum-Lager aufgestellt haben. Das heißt Tiermenschen? Nee, oder? Ja. Wir haben eine Streitkampf-Fraktion der Schl-Litzer-Horn-Stamm. Vielleicht eine kleine Festung... Okay. Nur ein Narr glaubt die entscheidende, dass das... Die hohe Korruption in dieser Provinz hat sich in der Siedlung Krippe der Besten... Das war die, oder? Äh? Die Krippe der Besten... Die Krippe der Besten... Die hohe Korruption in dieser Provinz hat sich in der Siedlung Krippe der Besten... Die Tradition Fraudige Klauer... Angehört? Angehört? Ein Kultgebild... Achso! Wenn die Frau die mit Klauer angeht, ein Kultgebild schlage jetzt zu und errichte hier ein Gebäude, um euch alle dadurch entstandene Vorteile zu sichern. Ach, das ist lustig! Ach, das hat sich da hinten am Arsch der Welt... Wie ist das? Wie hört denn dieses... Dörfchen? Ach, so ne Nörgelfuzzi wie mir! Da hat sich ein Kult gebildet und ich kann da jetzt ein Gebäude bauen. Ist ja geil! Das... Was... Required... Ja, dann... Pausch da jetzt hier einen Unterschub zu solchen Kult und kriegt pro Runde von Infektion. Okay. So... Die Fäden auspassen, ist ja besser. So, was hast du dir jetzt als nächstes vor? Äh, ich weiß es noch gar nicht, warte, ich wollte... Nörglinge... Zeichenkröten... Ah, ne, für den solchen... Kannst du... Rekruzieren? Ist das jetzt überrunden oder ist das wie bei mir, dass die einfach da sind? Äh, ich glaube, ne, geht überrunde. Okay, also ganz normal. Warte, ne, kann ich die weg tun? Kann ich lieber die Kröten haben? Ja. Ja. Frage, ne, holst du dir als erstes Terulus oder Höllen-Pakaden zurück? Beide... Die musst du eh beide haben für die Provinz. Warte, was muss ich? Wenn die Provinz komplett haben willst, dann musst du dir eh die Kröten holen, ne? Ja, ich wollte jetzt eigentlich, hatte ich jetzt erst vor, den Höllenkerngriff zu holen, bin dann aber davon weg, weil ja die... weil Korn kam, wollte dann die Ogre erledigen, glaubt ihr dann gegen die Ogre gekämpft, bin dann ja nochmal von Korn angegriffen wollen, als ich die Ogre-Feste angreifen wollte und bin jetzt nochmal zurück, um mich zu erholen. Warum kann ich denn hier nicht mit den Zwergen handeln? Kann ich denn, dass ich von Grund auf gar nicht mit Zwergen handeln kann? Ja, das stimmt. Aber ich bin mit denen, ja, im Krieg. Ich kann mit denen nicht handeln. Ihr könnt mit dieser Fraktion nicht verhandeln, also man ist anscheinend automatisch mit Zwergen im Krieg. Ja, das stimmt. Ähm, pass auf, ich mach jetzt... Lagerplatz. Soll ich das führen, oder soll ich... Nee, kleiner würde ich jetzt auch sagen. Sonst haben wir da die Wartezeiten ewig drin. Da hab ich mal eben... Weil die Verluste höher sind, als hätt ich die Schlacht selber geführt. Führerschaft plus 3 beim Kampf gegen Ogre-Königreiche. Und, äh, auf einen Kopf hüttet und... Auf einen Talisman begrüßen. Dann komme ich doch einfach mal mit dem... Marschbefehl... Geh ich jetzt hier runter. Ein Städtchen und das sieht's doch wieder an Ruhe. Oh! Echt jetzt? Zesh hat hier oben... Kasseis... Stadt eingenommen. Was?! Nein! Oh! Hier, äh... Das müsste eigentlich vorher Kassei gewesen sein. Expletos der Vogel. Ne, äh... So die Terracotta-Friedhof... Das müsste vorher... Ähm... Kassei gewesen sein. Was ist denn das? Oder hier oben im Norden, neben der... Rechts neben der Mauer. Oben der Mauer... Achso, ich kann das ja pingen. Das stimmt. Ja. Ach, das seh ich gar. Achso. Boah, wie viel haben die denn da? Okay. Okay, ist ja nicht. Ich hab noch Fähigkeiten... Punkt... Aufgedunsener Kadaver. Wir schossen uns bis 10%. Nicht richtig. Oh, Rekord... Oh, Sinch... Dann ist da oben einfach fett. Die eigentliche Spiele schaden die Kampagne eigentlich schon begonnen. Ich hab... Obst du... Keine Ahnung. Oh... Ohne Teil... Besiege... ...die amittesfolgenden Kommandanten der Schlacht... ...Berge... Klar... ... ich jetzt die Zwerge angreife... ...mach eigentlich Ragnar hier. Was ist mit dir? Du willst nur hin. witzigerweise kann ich mit denen über die ihren nicht angriffspakt aushandeln und militärischen zugang und dann bin ich wieder unten die uhr jetzt komplett vermichten ein gebäude bauen ich weiß aber nicht was wer ist denn jetzt hier weil wir gucken welche das ist rebellen des Psssssssssssssss Was ist denn so? Ne da passt noch einer rein Probier jetzt mal aus so nen Seuchertist zu beschwürmen Was bist du hässlich? Ach lustig, ich kann Ich kann ihn irgendwo hinschicken und eine solche verbreiten Hey Was hab ich denn für Helden? Gar keine Ist doch toll Geld dafür Nein, ich will den Außenposten nicht verbessern Achso Ich hab mich gemerkt, dass du auf mich wartest Achso Ich hab die ganze drum geguckt und hab überlegt Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde ich Äh, wenn du sie gleichzeitig ziehst Bin da Ach nee, das ist noch die Ach, ne Sind die noch die Kurve im Krieg schon Dann sind alle Restlos auswischt Ich dachte auch Ja, aber ich bleib mal bei dem Angriffspakt damit ich mich in Ruhe lassen Ah, die mir das schon wieder eingegeben hat Also bisher anscheinend die Neue Ich nehme ihn hier vor, ist sehr schön Eintritt den zweiten Baum Oh, okay Das kämpfen wir doch mal aus Angriff? Feuerbauch Ist das ein bisschen seltsam, wenn Nurgle die Forschung Fruchtbarkeit kriegt? Ahja, guck mal, da ist doch ein bisschen was hier zum Schlachten Weitreten Spiel auf den Gegner Haha Die sind aber auch schon ein bisschen gedamaged, ne? Ja, ich weiß nicht, ging Der Feuerbauch sieht ein bisschen aus wie so ein mexikanischer Wrestler Ja El Fuego El Fuego Der Ogre Es ist ungewohnt, dass im Moment so wenige Einheiten im Umlauf sind Also, wenn man den zweiten Teil gespielt hat, dann kämpft man dreimal gegen eine Armee von den Tom Kings und hat dreimal komplett verschiedene Einheiten mit der Armee Und im Moment, ich meine, so als Einsteiger oder um wieder reinzukommen ist das super Weil man muss sich nicht so viele Einheiten merken Das ist schon ein bisschen ungewohnt Es ist aber hart blau hier Hm? Hart blau hier Schon dein Einzugsgebiet hier würde ich sagen Korrektiert Oder wir wollen gegen was anderes als Oger kämpfen Tja Also ich freue mich, bin wirklich mal gespannt auf die Mörtel 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 Empire Zusammen gemörtelt Position Mörtel Möglichkeit Mörtel 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 Ich habe hier ein paar blaue Horrors. Wir gehen mal hier an die Seite. Ich würde sagen, da kann man auch noch gut. Von der Seite können die vielleicht ein bisschen schießen. Die Oga ist natürlich ein bisschen angeschlagen. Hält sich, glaube ich, mal lieber hier in der Hinterhand oder was? Bereit? Ja. Guck mal, die ersten, die uns empfangen, sind doch schon fast tot. So muss das. Und renounce their doom. Bei der Steuerung musst du auch manchmal viel Akrobatik machen. Weil du kannst ja so cool mit alt-minus-knick die Einheiten so als Formation ziehen. Aber wenn du dann mit Steuerung kannst du die Drehung und wenn du dann noch die Lehrtaste gedrückt haben willst, wo die anderen Einheiten hinlaufen hast du echt. Oga Bullen. Heißt, wo die Oga Bullen. Ich verkeh hier erstmal die Briten eingereiten ab. Ich habe noch gar keine Oga-Fernkampfeinheiten gesehen, oder? Auch Fernkampfeinheiten. Haben die überhaupt welche? Ich meine so Musketenschützen, oder? Also im Tabletop. Ich bin mir grad nicht sicher. Vielleicht haben die auch später irgendwie so ähm... Vielleicht haben die später auch irgendwie ähm... Kanonen noch oder so. Ja, bestimmt. Oh, die sind schon ab. Mal zugeballert. Und die ballert einfach über die Mauer weg. Die laufen da im Reis, weil sie da nicht weg können. Und die hier lassen es einfach über sich her gehen. Das ist schön, ich habe gerade auf die Ohren geschossen, die bei den Barrikaden standen und die Barrikade hat Kollateralschaden bekommen von den Geschossen. Die Rechtsklinik sieht die aus dem Maul. Die lassen sich doch einfach... Die Rechtsklinik weg vom Fenster. Auch schon, das ist ja nicht gut. Auf jeden Fall ganz cool, aber auch ein bisschen seltsam, die Armee von Shenzhen. Ja. Ich liebe den Seelen zermahnen. Das ist geil, ne? Jetzt ist der Turm endlich weg. Okay, okay. Ah ja, das ist meine Frischis. Das sieht so lange aus. Jetzt kommen die Oga noch ins Spiel. Ohoho, sehr schön. Ja, die Oga haben es gewissen. Also unsere Oga. Unten Oga. Wo sehe ich denn, ob ich dich jetzt an... Fernkampf an habe oder nicht? Ähm, unten hast du so ein kleines Schwert. Du siehst das, glaube ich, über der Einheit... Ah. ...dass du, äh... ...feuert oder so. Okay. Im Nacken, ja. Was... Ach, der hat schon wieder so einen Scheißvie... Oh, ich hab die Frösche verloren. Die Frösche. Oh, da sind auch eine Krüche-Einheit und die haben fast keine Muni mehr. Die Frösche ziehe ich zurück, übernehme die Röste schlachtig. Okay. Okay, die haben wir auf jeden Fall schon fällig? Ja. Ah, weiß ich, der großartige Sieg. Okay, gut 36 Verluste. Geht ja noch, aber die Frösche hast du verloren. Die Uwe haben gerade noch so überlebt. Und hab ich hier jetzt einen Griffen in der Festung? Äh, ne? Das war ja ein Festungskampf. Ja. Ja, ja. Ich hab so selten keine Festungskämpfe bis jetzt gewonnen. Das stimmt. Die meisten Kämpfe waren nur ein Festungskampf. Was damals halt weniger der Fall war. Ja, weil sich die Festungskämpfe ja auch nicht unterschieden haben. Ja, das stimmt. Aus den großen Belagerungen. So im Hintergrund. Und sonst halt nur die Hauptstädte, ne? Die großen. Söne des Berges. Ja, ich fand die Echsenmenschen immer ziemlich geil, aber ich kam nie klar mit denen. Ne, ich auch nicht. Warum? Wir haben so coole Einheiten, die sehen so cool aus, aber irgendwie kam ich mit denen klar. Ganz schlimm. Wie gesagt, find ich ja die Orks. Das ist gar nichts. Das ist vollkommen fertig. Mal gucken, was kann ich denn hier erforschen? Findigkeit für solche Kröten. Bruchtbarkeit. Oh, das ist eigentlich ein ganz cooler Zauber sogar. Blinker verbindet innerhalb von 30 Metern von der betroffenen Einheit-Sieber. Betrifft bis zu 5 Einheit-Sieber. Betrifft bis zu 5 Einheit-Sieber Treffer-Punkte auch. Ja, nicht. Fast nur noch zwei Runden. Hoppen, aber... Okay. Wer ist das eigentlich? Ja. Ist nicht noch eine Slash-Session-Einheit? Okay. Wen gehst du an? Die letzte Bastion der Ogre. Guck mal, die haben auch ein bisschen mehr jetzt. So. Einmal die Armee selber, die drei leider nur. Und hier unten, die Garnison ist von drei Tifos. Team beitreten. Oh ja. Ach so, die anderen kommen erst noch dazu. Kann das sein? Oh ja. Ja. Ja, der Verbündete. Fleisch-Gier. Amtschweine. Fleischermeister. Grobster Schlund. Das ist ein Magier. Oh ja. Ich hab vier Punkte. Ich bin froh, wenn wir keine Ogre mehr petten. Na gut, ich hab Korn. Ich hab jetzt so gegen Ogre gekämpft, trotzdem will ich noch Korn. Ja, ich muss jetzt eigentlich Korn mal auslöschen. Ich weiß nicht. Ja, die Stadt ist schon hart vernörgelt. Ich bin immer sehr gespannt auf die Mortal-Empire-Kopanien, wie die sich verhält. Also die muss ja jetzt ja abgrundtief ekelhaft groß sein. Ja. Also die haben ja damals die Karte ein bisschen angepasst für Mortal-Empires. Die ist ja nicht eins zu eins einfach nur der erste und zweite Teil nebeneinander gesetzt. Die haben das ein bisschen verändert. Ähm. Wenn wir wahrscheinlich jetzt hier beim zerrippten Teil auch machen, dass die wieder so ein bisschen angepasst wird, halt müsst ihr schon ziemlich... So, wo gehen wir denn rein? Ähm. Warte. Das ist... Ich kann in die Regen auch gut hier reingehen. Unten wir sind zwei Eingänge. Obwohl... Ja. Hier sieht... Achso, ich hätte sonst... Hier schaut's auch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wenn man hier reinkommt, weil du hier so einen großen Eingang hast. Stimmt, den hab ich gar nicht gesehen. Das ist uns schon riesig. Und sich das gar nicht so sehr... Ja, ich glaube die Seite nebenbei. Ich würde jetzt einheiten hier rüber. Von der 2.40. Hast du jetzt eigentlich... Doch... Welche von meinen? Äh, ne noch nicht. Okay. Weil ich gerade die ganze Zeit noch vor der Probe die Staffel entstanden, wo ich nicht verziehen konnte. Hier mal wieder... Das ist abartig, wie groß dieser Angriffsradius von deinem Viech ist. Von dem Nörgel? Ja. Also von dem Übel, ne? Ja. Das ist schon batellariemäßig. Äh, so. Ich... Da ist schon ein Schmetterling. So ein Wunderter Schmetterling. Wunderter Schmetterling. Mögliche... Aber man merkt halt, die gibt's ja zack. Baredes hat nichts. Man merkt halt, die gibt's ja zack. Er bringt halt nichts mit Türmen. Überlegen, ob ich zwei Fräsche in die Stelle von da reinlaufen lasse. Dann drei. Ich hier hin, muss ich von da reinlaufen. Dann blockiert sich die Armee nicht so gegenseitig. Okay, bist du bereit? Jo. Wir starten und dann kurz auf Pause. In der Mitte einfach, guck mal, die haben in der Mitte diesen Turm aufgestellt. Und der kommt einfach über die ganze fucking Siedlung von denen. Hier vorne ist auch direkt einer. Ich frage, ob du das fliegen in Einheiten, ne? Also, was machen die auch? Jetzt wollte ich dann nämlich auch gucken, was die für eine Einheit in Details. Giftattacken. Ich glaube nur der große, oder? Nein, man steht nur sehr schnell und vorhut. Warte, welchen meinst du jetzt? Ach so, du meinst die, ich dachte mir jetzt die anderen. Kleine Fledermäuschen, sag ich mal, die haben normale Attacken, ne? Genau, die sind Nahkämpfer. Die theoretischen sind auf die Turm blieben. Ja, aber die sind ja Nahkämpfer. Aber sollte ich dann trotzdem drauf gehen? Ich meine schon, oder? Hab das ja die nicht auch funktioniert? Ja, stimmt. Den hier. Ich muss mich jetzt hier bewegen, dass das irgendwie Sinn ergibt. Da lässt man sich da irgendwie jenseitig... Boah, das ist hier Fingerakrobatik, die ich gerade mache, als das hier. Leertaste Altensteuerung gleichzeitig. Ja, aber wir können einfach drauf schließen, ne? Aber der Zauber kommt doch ultra weit, sehe ich gerade. Der Schmucke. Ach, hat der auch noch Zauber? Lass mal laufen. Da kann ich noch mega weit schießen, aber die Zauber gehen nicht so weit. Jetzt hier noch so eine ekelhafte Durchfallspule. Ja, wie die für die andere auch. Fliehen die hier alle? Los, ne? Holen wir da ab? Was machen die denn? Ich glaube, die sind verwirrt wegen deinen anderen Einheiten. Ich glaube auch. KI gebrochen. Die ist ja sowieso jetzt nicht die stärkste. Ah, guck mal, die machen dem Turm Schaden. Das ist schon... In diesem Fehl haben wir uns auf jeden Fall echt praktisch. Wir haben jetzt eine Barrikade aufgelöst. der Schaden ist ja einfach mit. Meines Schaden. Ich weiß nicht. Das ist ja sowieso wohl. Was ist ja sowieso? Das ist ja sowieso. Das wärlieben auf der Samen. Ich weiß nicht. Das ist ja sowieso. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt sogar noch mehr Einheiten da hinten aufstellen sollen. Schön hier in der Barrikade. Der Turm ist ja auch gleich weg, ja. Gibt's noch einen Turm? Äh, ne, auch gerade immer noch nicht. Wir bauen da gerade wieder einen auf. 38 Sekunden. Wenn du ihn zuerst kaputt gemacht hast, können wir die Arschung alle. Was ist jetzt los? Da hinten kommt der Kommandant angehebt. Da kommt der nächste Turm geworden. In der Mitte, ne? Ja. Also der Turm ist Matschel, der andere ist auch Matschel, weil ich den Punkt angenommen habe. Da sind zwei Kommandanten hier rumstehen. Das ist schon krass, wie gut das aussieht, wenn man wirklich dieses Hub ausstellt und einfach nur guckt. Ja, das ist üblich, ne? Das ist krass. Also ich würde mir ja wirklich gerne manchmal noch mal ein anderes Total War Hammer angucken. Aber halt. Also ich hab auch mal früher in Total War gespielt. Ja, auch. Ja. Ja. Tja, aber gerade gar nicht mal so gut, ne? Und einer hat wieder ausgewischt. Aber dann kommt der Kommandant hin. Der ist ja Kommandant nicht hin. Super Arsch. Wie laurer. Nein doch, zwei Kommandanten, oder? Doch, doch, doch. Alter. Ein Held. Ja, nicht das hier rein. Ja, da ist ein Zubi. Die waren halt, glaub ich, im Turm. wir haben einen tollen vorgabe ich habe die siegesprache ein die helden ja aber auch deine rauche mein wunderschöner schmetter jetzt jetzt ein paar passenden zauberer raus wir haben jetzt gleich gewonnen ich bin da oben mit meinen toschen die unternehmung dd hat verschissen schon verloren also gewonnen meine ich ja plan hat wohl nicht funktioniert aber guck mal jetzt fangen sie langsam an alles zu gehen der kommandant fliegt noch eine einheit an die ich versuche rauszuweisen aber ich glaube das wird nichts mehr so die haben keine Ahnung ich habe vorhin eine Nachricht von der Corona-Warnheit bekomme ich zuerst gesagt mein Rekord liegt bei fünf Tagen in Folge Rot jetzt sind es sechs Tage aber auf einen Schlag ich habe keine Ahnung ich habe niemanden vom 28. bis zum 5. jeden Tag gesehen am 28. habe ich kaum jemanden gesehen ich habe hier nur eins und ich verluste aber ich glaube ich habe eine Einheit verloren krass einmal solchen warum tut ihr mir das an solchen Kröten du liebe Freunde um euch gekümmert ich verrechte einfach ich bin irgendwo ein paar mehr Krankheiten geben sollen Jörgeltripper und Syphilis hab ich ausgereicht Ich find mir so krass, wenn das mit 8 Leuten zockst 8 Leuten, Alter Das stell ich mir aber hart stressig vor Da musst du ja kompetitiv arbeiten sonst ist der ganze Spielbarstar ja raus Das stimmt ja nicht Wenn du das verbündet spielst, dann spielst du es halt irgendwie 5 Runden und dann ist es vorbei, übertrieben gesagt Mit so vielen Leuten muss man sich hinsichtlich aufhauen So Letzten, zack Ah, Fraktion vernichtet Wunderbar Jetzt gehört mir auch die ganze fucking Provinz und jetzt kann ich hier doch einen Provinzbonus machen Ich mach dir Aus solchen Dauerprozent, Chance auf Verbreitung oder Irgendwie Korruption Oh man, Irgendwie Korruption Achso, meine Kamera hat sich hier gedreht Ja, ich habe tatsächlich einmal Heuchtenbreche verloren Ich kann überlegen, ähm Chaos Furien sind ja im Endeffekt fast dieselben, die du auch hast Ja Wie was sie Chancho Nurgle heißen Das sind Barriere Diese eine Über eine Barriere, die so lange Schan abfängt, bis sie erschöpft ist Wenn Schan erläutert, sie regiert sich alles mal hier los Cool Wie kann ich mein Gebäude fertig? Was sind meine Einheiten? Kann ich schon, aber muss es wahrscheinlich Manipulation Ist das eine neutrale Einheit vielleicht einfach? Ich meine, ich verstehe, ich bin total dumm an Weil ich habe hier Rebellen, das Das ist einfach eine Abtrünninger Rebellen ist, ähm... Senj Hm Ich überlege, ob ich die einfach töte Rebellen tut ja eher, als wären die aus deiner Provinz gekommen, ne? Ja 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 gut, die eine da treibender Berg hat, ähm Kontrolle mit dem Minus 29 Ja gut Die sehen ja wie meine aus Oh Gott Eingenommen durch 1,40 1,40 Das ist nicht eigentlich ganz gut Achso weil alles bei mir in dieselbe Provinz ist in dieser Züge So noch und Jetzt wissen wir Außenbosten gewissen war Fraktion vernichtet irgendwelche Orks Schwarzgift ausgelöscht Zeit des Zorns Kornkorruption plus 5 Oh weiss ich kann doch nicht unterscheiden Das ist nicht Minerät Einkommen Schon vor Plus 10 Schwarzgift ausgelöschen Ich denke Ich denke Das scheint Ich denke Gerne gehen. Vielleicht will ich die Zweige auslöschen. Sind wir schon in der nächsten Runde? Ich hab's vercheckt. Ja. Ach so, dann kann ich mich nicht bewegen. Ach so, weil ich noch eine Runde brauche, gell. Woher das hier? Irgendwas echt seltsam zu spielen. So, ich muss das Wasser schon in meiner Runde. Ich muss meine ganze Armee erst mal wieder zurückbewegen. Bei mir war's jetzt auch. Ich hab' jetzt nur noch aufgefüllt. Was freut ihr von mir? Freut mich dank, was passt mit mir? Ach, das sind doch die, die bei mir oben sind, oder? Ja. Ja. Ne, ihr wollt noch militärischen Zugang. Ich weiß nicht, was ihr in meinem Gebiet wollt, aber gebt mir ein bisschen Geld dafür und das ist gut. So vernichtet. Was? Was hast du denn? Das ist eine... Tanisch. Ja. Oder? Okay, die sind schwer ausgelöscht worden. Ach da, eine feindliche Streitkräfte unter Ignorbellen hat mit der Belagerung der Siedlung Zähler raus. Oh, okay. Das ist natürlich meine Technologie. Dann hat sich das erledigt, ob ich die jetzt töte. Weil, dann töte ich sie. Die Shiva haben sich leider alles geblieben. Oh, okay, zack. Mein Nörgel, mitten im Laufenden d Courtney. Ja, dann. Das ist eine Belagerungsschlauch, ne? Aber ne Quatsch, ich... Auch wenn ich die jetzt angreffe, ne. Der fuck, was sind denn so viel Arme? keine garnition plus meine armee ach die dann so kommt noch mit raus weil die so nahe in der stadt sind aber diese die belagern gerade meine stadt ach so das ist offenes feld sobald jetzt rauskommt erstmal offenes feld die haben auch mal andere einheiten noch aber auch change einheit nur das ist ja ist ja sind ja rebellen mensch also fraktion gegen fraktion nach meinen einen leuten geschenke das ist voll links ich habe das in der wacke ich mache es ganz einfach ich gebe jetzt einfach diese seite wer ist das denn wer ist denn der dicke wer ist denn ihr bis der vier aber den kenne ich gar nicht so bei dir oder sich unten die kohle der näher ich habe keine ahnung ist der vielen augen wir haben nur zwei obwohl ich glaube ich bin dritten in der stirn danke ja auch die haben auch nahkampfeinheiten also richtige nahkampfeinheiten ja die haben auch irgendwie so feuerviecher und die sehen cool aus oh die haben ja oben so gebrochen ja geil da bleiben wir noch einfach stehen ja und er kann zwar weit schießen oder nicht so viel munition und jetzt besser das näher aus der fließende was hat er denn da gefeuert wer mit einer einfach komplett gekillt auch krass ein schuss der hält von denen ja und dass die die den schon wieder so, ach da rechts die sind das, diese Magier, diesen scheißen Staat machen wir das doch so ach diese Leisten über dem Leben sind diese Schilde, die die haben, verstehe ich das, perfekt die Frage ist eine Geschichte hast du eigentlich schon die neue Stadt von Rick Morty gesehen? ja tatsächlich letztes Wochenende Kunst, einfach Kunst ich finde die super so geil nachdem ich die letzte irgendwie glaube ich nicht so gut fand also immer noch gut aber nicht ich bin Morty war einfach pure Kunst wenn die Serie als Kunst bezeichnet ich habe mir die in einer Nacht reingezogen ich glaube ich habe 1,20 Uhr angefangen und habe bis 2 Uhr diese Serie geschaut in einem Putsch durch ich wollte eigentlich schon 5 Uhr schlafen aber ne sonst ich gucke ich kriege immer so Nachrichten von Netflix die mich nicht interessieren eine neue Staffel von Kabale und Liebe ist da oder so ein Scheiß und auf einmal gucke ich so Rick and Morty so ging das auch ich dachte am Anfang das wäre ein Fehler und da hätte das irgendwie keine Ahnung das ist nicht der meinte die letzte Staffel oder so ja ich glaube da habe ich auch irgendwie ich habe Rick and Morty geguckt die neue Staffel von Brooklyn Nine-Nine und noch irgendwas hehehe hast du doch so viele Verluste die jetzt hatten ja klein scheiß ja guck mal die ganzen kleinen Einheiten ja stimmt wow hä also ich habe die die ich habe drei Einheiten komplett verloren der eine hat ja bei mir glaube ich der Mario direkt weggeballert mhm übernicht üblich man hat eben nichts ausgehalten wir müssen Schaden gemacht heisst da einer wirklich Malbob Malbob echt? ja so ein Oger hier Malbob wenn das in der Hauptstadt das Vogelhaus heißt ist auch miss ja sehr passend ja Gefangene verschlingen und dann die Iron Nine wieder ein bisschen offen und vielleicht solch eine Fahrt halt hey ach halt ja verstossen an das Nerven bei dem Nebenstadt ist so fies eine neue Seuche Oh, nix. All is in flux. Ja, oder? Nee. Wann durchs nochmal der Runde? Nee, nein, das... Ich muss jetzt noch gucken, ob ich noch irgendwas bauen kann. Hier bin ich gerade. Die haben mir nicht noch, ne? Ja, gut, drei Leute da. Also, die drei Stücke, die ich noch, okay. Ja. Ja. Uga, bin da unten auch ne neue Einheit? Ach, keine Ahnung, lass mich hier nicht hin. Deren Forderung, was? Jetzt kommen die Forderungen, was... Hä? Wer seid ihr überhaupt? Ich weiß gar nicht mal, wo ihr seid. Hm. Wunder mich auch noch nicht. Hier... Die... Nö, könnt mich mal, ihr bekommt doch kein Geld. Hinterreis. Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Weil ihr ungewöhnlich auch mit solchen Kröger den Machtlos von Schmutz an den Nagelungen kann. Die sind ungezogen. Kann sich jedoch nicht durch das Gitter zwängen. Mit einem letzten schrecklichen Ruck windet sie sich hindurch und reißt sich dabei den ganzen Bauch auf. Nichts wegen die schwarzen Maden, die sich aber nicht... Jetzt gehen die mir hier schon wieder auf den Keks. Das war jetzt automatisch. Was hab ich jetzt gar nicht gesehen? Ja, das hab ich einfach schnell weggedrückt. Toll, jetzt hab ich wegen denen den Zug und konnte meine Einheiten nicht bauen. Kannst du dich trotzdem noch bauen jetzt? Ja, ne, ich hab auch nichts mehr zu bauen. Also ich meine Einheiten zu rekrutieren, das haben sie dann aufgehalten. So, weil die angegriffen haben, die Arschgeine. Warte, wenn ich dann gerade hier bin. Ja, mal gucken, was du machst. So, ich hab noch eine Bräule gebaut. Ich warte hier für eine Runde, dass meine neue Einheit ein bisschen heilt. Und dann werde ich gleich mit den Zwerge marschieren. So, ich hab auch ein Insekt. Bei dir. Oh. Ja, meine Streitkräftefraktion, so eine des Berges. Oh. Nur von solchen befallen, sag ich. Oh, die sind ja ganz schön großartig tatsächlich. Wenn mal eben so ein echter ist. Oh, guck mal, da sind schon wieder welche von diesen Mensch-Typis. Ja, Rebellen. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Oh, die gibt es ja schon ab. Oh, die gibt es ja schon ab. Ich hole mir jetzt Korn und gehe von Korn runter, damit ich mal das ganze Gebiet hier habe. Also da unten mal sehen wir auf die Stadt der Sprecher. Es scheint ein richtiges Fest zu sein, ne? Hm. Wobei, nee. Ich habe eine Forschung verfügbar. Ähm, was habe ich jetzt fertig? Das habe ich fertig. Habe ich fertig. Ich bin nicht kalt für Kaulkotten. Nein, das ist gut. Och. Ich dachte hier, Stadt der Splitter sieht so groß aus. Oder? Warte, wechsle ich das? Nee, Stadt der... Ach so, Stadt der Splitter. Ja, bitte. Die will ich... Ja, die will ich gar nicht. Die ist auch groß, ja, hast du recht, glaube ich. Ist die Hauptstadt. Ja, aber es ist ein neues Geburt, ne? Hast du mal Karak Doom? No fuck. Okay. Wo ist die Schlacht? Ja. Wobei, eigentlich für meine Gunsten oder so. Okay. Ich sehe es noch nicht. Ah, jetzt ist. Aktien weitreten. Ja, die können wir auch ausfechten. Oh, guck mal, der hat diesmal mehrere von diesen... Ja, die... Chaos-Chaos-Korn. Aber diese Chaos-Fugeln hat anscheinend jeder von dem, ähm... vom Chaos... Du hast das dann... Nürger, Korn, so, nicht? Ich denke, die Hunde. Da misst du ein bisschen die Kavallerie, muss ich sagen. Ja, das Problem ist, sobald ein Nagelkampf kommt. Oh, guck mal, die sieht ein bisschen anders aus. Ja. Ja, ich habe auch gerade überlegt, die sieht ein bisschen ungünstig aus. Ja, die haben eine sehr hohe Position und man muss immer von unten nach oben. Und am Hintergrund ist so eine Zitadelle. Okay. Dann ist es auch egal, von welcher Seite ich komme. Man könnte sich natürlich jetzt aufteilen. Was eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht wäre, oder? Ja. Einer rechts, einer links, so ungefähr? Ja. Ich glaube schon. Warte, ich gebe dir mal Einheiten. Da kriegst du auch die Ogre. Die Ogre. Die Ogre-Boys. Ich erhole die Ogre. So gesehen, dass ich dann von... hier komme. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Ich muss den Punkt da oben einnehmen und dann von oben nach unten feuern. Okay, bereit? Ja. Ja, okay. Ich habe jetzt nur eine Einheit, aber ich kann den Turm da gleich wegmachen. Hier ist man schon viel, oder? Ja, okay. Ich habe hier schon ein bisschen mehr. Ich versuche da schnell durchzukommen und dann von oben zu attackieren. Ich hoffe bei euch, bis das sind wirklich nicht schön. Bauch! Das sind die... Ja! Die, die... ... Ich kann sie schön befeuern. Die einen habe ich komplett vermischtet. Ich sehe die Vergangenheit. Ich sehe die Vergangenheit. Ich sehe die Vergangenheit. Ich bin sowieso verwundert, dass sie noch so lange überlebt haben. Ja, die sind bei mir auch gerade mit Schild und allem. Ich sehe die Vergangenheit. 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 Das ist echt mies. Ich bin schon voll letztlos. Oh. 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 Der Kommandant. Da hinten steht er ganz alleine. Ich habe auch hier zu denken. Mir kam ein bisschen Runde dazu. Die halten aber auch krasses ein mit dem Schilm. Ja. Die ist auch kaum kaputt. Die Hunde waren direkt hinne. Die haben schon ab. Aber diese scheiß ein Chaos-Krieger des Thorn. Die wollen mich verrecken. Ah scheiße. Weißt du warum? Mit Panzerung und Schild. Bei unseren schwach gegen Panzerung. Jetzt steht da schon wieder dieser scheiß Turm. Die haben schon wieder geschehen. Ja endlich. Ich glaube ich hab's gewonnen. Ja ich glaube auch. Die hauen jetzt auf jeden Fall komplett ab. Um aufgegeben. So. Oh mein Gott. Es ist nicht so lange gedauert hier durch zu brechen. Jetzt ist der scheiß Kommandant. Ah. Sie ist ja nicht in der Mitte. Aber wir sehen's gerade nicht. Weil keiner in sich fällt jetzt. Das kann sein. Das kann sein. Alle Einheiten die ich sehe sind. Toten laufen davon. Ja sieg. Ah ok. Boah diese gepanzerten. Ja. Die sind wirklich mies. Guck mal eben. Da haben wir jetzt die Verluste. Die hatten glaube ich gar keinen. Die hatten gar keinen Kommandant. Oder der Kommandant. Ne der Kommandant ist schon tot. gewählt. Ey Mann ist der gestorben? Der hat null getötet. Der wird einfach kurz gesehen. Das ist in der Mitte stand. Der hat gar keinen getötet. Dagegen die scheiß Ohrkommandanten sind nicht kaputt zu kriegen. Ne. Ist das Gebiet auch schon? Die muss sich eigentlich... ...über kümmern. Naja ich brauch jetzt nur noch dieses ein... Also nur noch ein... ...Ein Stütz. Der Streitstein. Ach da unter die direkt. Da rechts haben wir noch dieses Lager ne. Die schwimmen ganz schön gute Armee. Nicht mit den Zwergen. Ne wahnsinnig. D Throwback. Stopp. So. So. So ist es auch hier in den Spiel. Hier hat sich mal kurz kurz... Das ist diese Karte immer drin. Ich weiß nie... So, jetzt bin ich hier in der Ausgangsposition. Sehr gut. Die Räume. Die Räume. so die nächste runde treib ich werde ich habe den söhnen des karne ja also nicht im krieg ich habe nur abgelehnt immer noch hart ungewohnt chaos zu spielen und und ein wahrscheinlich wird man nicht nur nach den Zwergen Korn was wollte die jetzt von mir was sind die über die okay die machen mir ein angebot von 600 zahlungen okay machen wir okay nett so start des morgens gewinnen der folgenden schlacht mit der armee von kairo schild musik wo ich hin oder so am ende der karte da solcher so hin klar das ist eine fette schlacht ja cool sehr acht oder machst du einen rückzug ich will überlegen ob wir das die nächste folge machen das wollte ich auch gerade vorschlagen auf jeden fall selber gedanke glaube ich die größte schlacht die wir bis jetzt hier hatten cool okay bis dann ja freut mich auf die nächste folge ciao 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 ciao